Die Prinzessin des Königreiches In diesem Schloss lebt eine Prinzessin, die auf ihren Märchenprinzen wartet Blum würde uns das niemals verschweigen Bin ich nicht wunderschön? Wow, du bist echt oberirdisch Die Feen der magischen Dimension sind zurück mit einem neuen fantastischen Abenteuer Drinks Club, das magische Abenteuer Endlich fliegen sie wieder Auch in 3D, demnächst im Kino